Gürlitz, wann war das denn? Alter, das war ja der Hammer, oder? Ja, unglaublich. Du sagst schon wieder was. Ja, der ist logisch, der redet immer, oder? Das ist doch schon... Ja, also ich kann nur sagen, wer nicht dabei war, kommt nächstes Mal. Hannover wäre aber zum Beispiel das nächste Mal. Genau, nächste Woche. Wahnsinn. Und vielen Dank an Seedrake und Solitary Experience. Genau, hier der Rom hinein. Genau, jetzt weiß ich auch, welche Farbe die Krawatte hat. Nein, ich hatte mir nicht recht. Natürlich. Das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall hatten wir einen schönen Tag hier, das hat Spaß gemacht mit den Jungs. Ja, und mit Helge. Der steht auf dem Kopf, oder? Genau. Ja, das war jedenfalls der Hammer, also die Stimmung war super und alle die da waren. Das können wir nochmal machen. Machen wir nochmal? Ja, unbedingt. Das machen wir mal normal. Genau. Nette Crew und so, vergisst man manchmal, weil wir jetzt hier noch Warnschalter und so. Genau. Wirklich toll. Und so ein schönes Klo. Wahnsinn. Ja, guck mal, wir haben doch einen Verbesserungspunkt. Genau. Den haben wir extra noch vorher da hingeklebt, dass wir noch 93. Die perfekte Position haben. Damit wir da auch wieder fliegen. Und die spüren wir hier noch. Ja, ich habe ihn beim Arsch spüren. Ja. Krass ein Scheiß. Ich habe so Skills. Liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche hoffentlich in einem Tag. Genau. Wer nicht kommt. Der, äh, den bestrafen wird. So. Soll jetzt aber keine Aufforderung sein. Nein, nein. Bleibt gesund, kriegt euch wieder Sinn. Wir sehen uns nächste Woche in einem Tag. Tschüss. 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 Tschüss.